Bhagavad Gita, Vers 4.11 Jeden belohne ich in dem Maße, wie er sich mir hingibt. O Sohn Pritas, alle ohne Ausnahme folgen meinem Pfad. Erklärung Jeder sucht Krishna in den verschiedenen Aspekten seiner Manifestationen. Krishna, der höchste persönliche Gott, wird teilweise in seiner unpersönlichen Brahma-Jyoti-Ausstrahlung verwirklicht und teilweise als die alldurchdringende Überseele, die in allem, einschließlich der Atome, gegenwärtig ist. Vollständig kann Krishna jedoch nur von seinen reinen Geweihten verwirklicht werden. Krishna ist das Ziel aller Erkenntnisse und daher ist jeder mit der Erkenntnis zufrieden, die seinem Verlangen entspricht, die absolute Wahrheit zu verwirklichen. Auch in der transzentralen Welt tauscht Krishna mit seinen Geweihten transzentale Beziehungen aus, die je nach dem Wunsch des Gottgeweihten verschieden sind. Einer wünscht sich Krishna als höchsten Meister, ein anderer als seinen persönlichen Freund, wieder ein anderer als seinen Sohn und wieder ein anderer als seinen Geliebten. Krishna belohnt alle Gottgeweihten in gleichem Maße, das heißt entsprechend der verschiedenen Intensität, mit der sie ihn lieben. In der materiellen Welt findet zwischen dem Herrn und denen, die ihn verehren, der gleiche Austausch von Gefühlen statt. Die reinen Gottgeweihten sind sowohl hier als auch im transzentralen Reich mit ihm persönlich zusammen und sind fähig, dem Herrn persönlich zu dienen. Auf diese Weise erfahren sie transzentale Glückseligkeit in seinem liebevollen Dienst. Auch den Unpersönlichkeitsanhängern, die spirituellen Selbstmord begehen wollen, indem sie die individuelle Existenz des Lebewesens vernichten wollen, hilft Krishna, indem er sie in seine Ausstrahlung aufnimmt. Diese Unpersönlichkeitsanhänger wollen dem ewigen, glückseligen, persönlichen Gott nicht akzeptieren und folglich können sie die Glückseligkeit, die im transzentralen, persönlichen Dienst des Herrn erfahren wird, nicht kosten. Denn sie haben ihre Individualität ausgelöscht. Einige von ihnen, die nicht einmal die unpersönliche Existenz erreicht haben, kehren wieder in die materielle Welt zurück, um ihre ruhenden Verlangen nach Aktivitäten zu befriedigen. Ihnen wird kein Einlass in die spirituellen Planeten gewährt, sondern wieder die Möglichkeit gegeben, auf materiellen Planeten zu handeln. Als Yageshvara gewährt der Herr den fruchtbringenden Arbeitern die gewünschten Ergebnisse ihrer vorgeschriebenen Pflichten und auch den Yogis, die nach mystischen Kräften suchen, werden ihre Wünsche erfüllt. Mit anderen Worten, der Erfolg eines jeden hängt allein von der Barmherzigkeit des höchsten Herrn ab. Und alle spirituellen Vorgänge sind nichts anderes als verschiedene Stufen des Erfolges auf dem gleichen Weg. Solange man deshalb nicht zur höchsten Vollkommenheit des Krishna-Bewusstseins gelangt, bleiben, wie im Srimad Bhagavatam gesagt wird, alle Versuche unvollkommen. A-Kamaha-Sarva-Kamu-Va-Moksha-Kama-Udharat-Dihi Ob man ohne jedes Verlangen ist, der Zustand der Gottgeweihten oder nach fruchtbringenden Ergebnissen oder Befreiung strebt, man sollte mit seiner ganzen Kraft versuchen, den höchsten persönlichen Gott zu verehren, um die höchste Vollkommenheit zu erreichen, die im Krishna-Bewusstsein ihren Höhepunkt findet. Bhagavatam 2.3.10